Das ist sie, die Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus in Brandenburg vom 8. Mai 2020. Sie untersagt öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen sowie Versammlungen. Zitat, dies gilt insbesondere auch für Zusammenkünfte in Vereinen und Freizeiteinrichtungen. Untersagt sind öffentliche Aktivitäten zum Beispiel in Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitness- oder Tanzstudios. Ausnahmen gibt es dennoch. Öffentliche und private Sportanlagen unter freiem Himmel dürfen genutzt werden. Für schulische Bewegungsangebote oder seit dem 15. Mai für den kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitbereich. Diese ersten vorsichtigen Lockerungen lassen auch so manchen Fußballer im Landkreis aufatmen. Wichtig ist, dass der Trainingsbetrieb wieder ein bisschen losgeht. Wir haben uns dort als Verein eine Handlungsempfehlung aufgeschrieben und werden mal schauen, dass wir ab nächster Woche Montag dann wieder trainieren und die Jugendlichen und Erwachsenen wieder hinter dem Ball herjagen lassen. Wir gehen aktuell davon aus, dass der 1.9. der entscheidende Tag wird, sodass wir am 5.9. hoffen, wieder Fußball zu spielen. Aber woran scheitert das? Wir wissen nicht, was passiert. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Und aufgrund der Lockerungen wissen wir eben nicht, wie sich es entwickeln wird. Wir hoffen und wir gehen davon aus, dass es so sein wird und sind dann schon relativ enthusiastisch. Sport im freien Jahr. Doch was ist mit vielen anderen Sportarten? Kegeln, Tischtennis, Basketball, die eher in der Halle stattfinden. Auch hier ist die Verordnung eindeutig. In der Halle geht momentan noch nichts. Ganz groß ist die Fragestellung auch in puncto musikalischer Aktivitäten. Beispielsweise seien Chorproben derzeit nicht möglich, erfuhr Chorleiter Sven Irgang. Auch andere Kultur- oder die Traditionsvereine dürfen noch nicht üben, beispielsweise Spielmannszüge auch nicht im Freien. Dagegen ist Musikschulunterricht in einzelnen Fächern mit bestimmten Auflagen wieder erlaubt. Also seit Dienstag läuft der Unterricht wieder, der Präsenzunterricht in den Räumen hier der Musikschule. Wir waren in den vergangenen Wochen ja nicht untätig, haben versucht, viele der Angebote online mit den Kindern durchzuführen und sind seit Dienstag also wieder im Einzelunterricht tätig, eventuell in ganz kleinen Gruppen, zwei, drei, was noch möglich ist. Aber natürlich immer unter der Einhaltung der Hygieneabstandsregeln. Wenn man in die Schule geht, dann ein bisschen riecht es wie Krankenhaus durch die Desinfektion. Und wir haben alles abgetrennte Bereiche, sodass ich denke, also auch die Eltern, die Kinder können guten Gewissens hierher kommen. In anderen Bereichen bleiben nur digitale Kommunikation oder Einzelaktivitäten. Der Verein Pro Lauchhammer konnte mit solch einer Einzelaktion in Kostebrau zumindest etwas helfen. Wir haben natürlich als Verein auch unter der Corona-Zeit mit zu leiden. Und wir versuchen, unter den nötigen Abstands- und Hygieneregeln bestimmte Maßnahmen mit durchzuführen. Eine ganz große, geplante war die 48-Stunden-Aktion in Kostebrau. Die haben wir dann etwas geschmälert. Wir haben dort mit einem Bagger und einem Einzelnen, der dort gebaggert hat, und einem Außen, der noch mit ein bisschen geschaufelt hat, trotzdem geholfen. Und hoffen jetzt auf weitere Lockerungen, sodass wir dann natürlich auch in Kostebrau weiter vorangehen können. Kostebrau bereitet sich ja auf ein sehr, sehr großes Fest vor, wie Sie alle wissen. Und von daher möchten wir natürlich als Pro Lauchhammer auch dann mit das große Fest unterstützen. Wir haben eine Spende von Mund- und Nasenschutzmasken von einer Firma aus Lauchhammer bekommen. Diese haben wir an zwei bedürftige Vereine auch mit verteilt. Also das sind so kleine Sachen, die wir jetzt in der Corona-Zeit auch mit über die Bühne bringen können. Erst am Mittwoch hat Pro Lauchhammer mit der Spende von Mund-Nase-Bedeckung die Arbeit von zwei Lauchhammeraner Hilfsvereinen unterstützt. Überhaupt gilt all den Vereinen ein Dankeschön, die nun schon seit Wochen selbstlos ältere Menschen beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017